Eine Wippeloperation ist eine sehr große abdominalchirurgische Operation, die nur von wirklichen Experten durchgeführt werden sollte, bei dem der Bauchspeicheldrüsenkopf, der Zwölffingerdarm, die Gallenwege und die Gallenblase entfernt werden. Häufig wird dieser Eingriff durchgeführt bei gut- oder bösartigen Tumorerkrankungen im Bauchspeicheldrüsenkopf oder auch bei einer chronischen Pankreatitis. Hinterher muss der Patient sicherlich eine gewisse Phase, eine Umstellung seiner Ernährung beachten, was am besten über eine Ernährungsberatung begleitet wird.